Die ÖVP, also die österreichische Volkspartei mit ihrem Vorsitzenden Sebastian Kurz, teilt dieselbe Adresse und dieselbe Telefonnummer mit der Kalergi-Gesellschaft, dessen Namensgeber Richard Nikolaus Kodenhof-Kalergi übelst rassistisches Gedankengut verbreitete. Die Lichtenfelsgasse 7 in Wien und eben derselben Telefonnummer. Hallo, mein Name ist Jürgen Felger für WIM Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Ja, wer die ÖVP ist mit Sebastian Kurz, das muss ich nicht lange erklären. Nur, wer ist denn diese Kalergi-Gesellschaft? Ja, die Gesellschaft vergibt Preise, unter anderem an Angela Merkel und die Kalergi-Kanzlerin nimmt diese Preise, auch entgegen diesen oder ähnliche Preise. Und wer ist denn dieser Herr Kalergi? Richard Nikolaus Kodenhof-Kalergi hat ein Buch geschrieben, praktischer Idealismus und da geht es über Rassen. Ein ganzes Kapitel hat er über Inzucht und Kreuzung von Menschen gesprochen. Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein, die Eurasisch-Nekroide-Zukunftsrasse äußerlich, der Altägyptischen ähnlich. Also hier ist eine Vorstellung von Rassen verbreitet worden durch diesen Herrn. Er spricht insgesamt 19 Mal auf 191 Seiten von Rassen, einmal von Führerrasse, Qualitätsrasse, Zukunftsrasse, Vorzugsrasse, Adelsrasse und alles Mögliche. Und er spricht über politische Demokratie, also es ist also eine politische Gesellschaft, die wir hier haben und die Preise verteilt an Politiker, die diese Preise auch entgegennehmen. In der englischen Wikipedia sehen wir, dass Richard Kodenhof-Kalergi 1924 sein Freund Rothschild gesprochen hatte und der ihn bekannt machte mit einem gewissen Herrn Warburg. Und diese Kalergi finanzierten mit 60.000 Goldmark. Erst einmal soweit, danke für die Aufmerksamkeit. Erst einmal soweit, danke für die Aufmerksamkeit.